Heute ist der 4.5.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Der 4. Mai ist Midori no Hi. Ne, Midori no Hi. Der grüne Tag, Nationalfeiertag in Japan. Midori no Hi. Und die Japaner können ja im Moment jedes bisschen Grün gut gebrauchen. Deshalb gehe ich jetzt mal hier rüber. Macht von hier weiter. Ein grünes Fleckchen Hoffnung für Japan. Haltet durch. So. Und genau heute, vor 10 Jahren, am 4.5.2001, sorgt die FDP für einen der besten Lacher der deutschen Geschichte. Ein Lacher, der jetzt schon 10 Jahre lang anhält. Die FDP wählt Guido Westerwelle zum Vorsitzenden. Dafür an dieser Stelle im Namen aller Comedy-Autoren-Kollegen. Herzlichen Dank, liebe FDP. Es gibt kaum jemanden in der deutschen Politik, über den wir mehr Witze machen konnten und mussten, als über euren Guido. Dankeschön. So, erste Anzeige. Neue deutsche Küche. Das bedeutet so viel wie Klassiker im neuen Mantel. Zum Beispiel Tafelspitz, aber mit rotem Beete Lauchsalat. Oder die gebratene Rotfarbe mit Rauchenpesto-Risotto. Rauchenpesto-Risotto. Könnt ihr gerne lösen? Rauchenpesto-Risotto. Klassisches mit modernem Gemixt. Das gibt es im Bergischen 4.02. Ochs und Klee. Richard-Wagner-Straße 20. Ochs und Klee. Beides lecker. So, nächste Anzeige. Heildrun. Heildrun grüßt die, äh, de Fischköp. Liebe Schwestern, ich darf mit dem gebrochenen Bein immer noch nicht vor die Tür. Deshalb auf diesem Wege trotzdem ein Gruß von vor der Tür, beziehungsweise vor der Kirche. Alles Liebe, euch sechsten. Ein Ruh. So, jetzt möchte ich das Tanzprojekt Versteck Dich nicht vorstellen. Ich kletter mal hier runter. Versteck Dich nicht. Wir spielen am 21. und 22. Mai in der Aula des Gymnasiums in Rotenkirchen. Und man sieht auf dem Bild schon, es wird getanzt und musiziert. Versteck Dich nicht ist ein Projekt, die der Verein, der auch Versteck Dich nicht heißt. Die bringen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Auf spielerische, tänzerische und kreative Art und Weise nähert sich das Tanztheater dem Thema Inklusion. Die machen verschiedene Tanzstile, zum Beispiel Modern Dance, Jazz Dance, Step-Tanz, klassisches Ballett und Bewegungstechniken der Living Dolls. Und dazu natürlich Musik und Chor und eine Trümmelgruppe gibt es auch noch. Am 21. Mai 20 Uhr, 22. Mai 17 Uhr. Eintrittspreise 12 Euro ermäßig. 10 Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen nehme ich an. 21. und 22. Mai Aula-Gymnasium in Rotenkirchen. Versteck Dich nicht. Tanzen und Musik. Ruhig mal hingehen. Ist gut. So, zum Schluss gibt es mir immer noch einen Tipp von meiner Oma. Nachdem die Wohnung frisch gestrichen ist, riecht die Bude oft tagelang noch nach Farbe. Mit halbierten Zwiebeln kann man den Geruch vertreiben. Oder man macht halt eine Pommesbude auf. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir. Ich sag's dem Viertel. Jeden Tag, 16 Uhr vor der Agneskirche. Im Marktesammerzeug am Sudermannplatz. Oder rund um die Uhr im Internet. www.derschwarzebrett.de Das bin ich. Tschüss. Hut ab. Ne. Ich winke.